Porto gegen Liverpool. Auf geht's! Na dann, Attacke! Euch ziehen wir den Zahn, Liverpool. Ach ja, wir hatten den perfekten Saisonstart. Na und? Wir spielen zu Hause. Perfekt! Können sich 23.000 Leute ansehen, wie wir euch Knoten in die Beine spielen. Papa la papp, seit April jedes Heimspiel gewonnen. So sieht's aus. Wir sind aber Liverpool und nicht irgendeine portugiesische Wirtshausmannschaft. Na, werden wir sehen. Was sagt uns der Blick aufs Ergebnis, Champions League? Äh, Porto 1. Okay, sehr gut. Liverpool 5. Ha! Aber Heimstärke... Wir haben euch vermöbelt. Wir haben euch vermöbelt. Aber... Loser! Aber, aber, aber letztes Jahr haben wir Juhl rausgehört. Ja, ach, wie ich Porto hasse.